Ich bin Marion Böker, ich bin beruflich Beraterin für Menschenrechte und Genderfragen und in ganz vielen Nichtregierungsorganisationen, um auch Frauenrechte, Menschenrechte aufgrund von Genderdiskriminierung zu beseitigen und mich da einfach für einzusetzen. Was ist heute hier passiert und warum ist diese Kundgebung? Ja, also nicht heute, sondern am Freitag kam das Urteil über Alex, ein elf oder jetzt zwölf gewordenes Mädchen, was zwangseingewiesen werden soll, um, ich sag mal kurz, die Transsexualität auszutreiben. Wer sich hier auskennt, also die soll in die Charité zu Herrn Professor Bayer, der ja sagt, es gibt keine Transsexualität und sie da quasi umkehren will oder abbringen will von und die Mutter will das auch nicht, aber es gibt eben ein Jugendamt, was ein Teil Sorgerecht hat, das Gesundheitsfürsorgerecht. Aufgrund dieser Basis ist das Urteil gesprochen worden. Die Mutter, der Anwalt, das Mädchen natürlich und wir, das Aktionsbündnis, sind sehr entsetzt und wir sind hier zur Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft gegangen, um mit der Staatssekretärin zu reden oder um die darauf aufmerksam zu machen, dass hier was läuft, was entgegen der Regeln von Berlin eigentlich läuft und nicht in deren, wie auch unserem Interesse sein kann. Kannst du noch kurz was zum Verlauf der Kundgebung sagen, wie viele Leute hier sind, wie die Stimmung wird? Also die Stimmung ist eigentlich so zwischen bedrückt und gut, dass so viele da waren. Also es waren am Anfang sehr, sehr viele. Ich könnte, ich kann immer schlecht schätzen, ich würde sagen, dass so acht, na zwischen fünf und sechs, siebenhundert da waren. Kann man das sagen? Also ich bin nicht eine gute Schätzerin. Aber der Platz war voll und es waren sehr viele unterschiedliche Gruppen da, jedenfalls mehr als in dem Aktionsbündnis bisher zusammensaßen. Und alle haben auch süße Schilder hochgemalt. Also wir glauben an dich, Alex, und keine Zwangspathologisierung, keine Psychiatrisierung. Aber viel auch mit Bezug auf dieses Mädchen, weil ich glaube, die meisten sind hier älter und waren auch mal in dem Alter und genau an dem Punkt und können sich nicht vorstellen, was jetzt passiert oder wollen es nicht, weil die, die dann auch Ähnliches erfahren haben, wissen, wie schlimm das jetzt sein kann. Aber die Stimmung, würde ich sagen, ist gut. Es sind noch circa 100 da, die jetzt auch erfahren haben, dass immerhin die Staatssekretärin Klepper und eine Mitarbeiterin der Senatsverwaltung Jugend mit drei, nee, mit vier von diesem Aktionsbündnis gesprochen haben. Kannst du noch ein paar von den wichtigsten Forderungen mal kurz sagen? Ja, die wichtigsten Forderungen sind, dass das Mädchen die Geschlechtsidentitätsfindung selber bestimmen kann, dass sie zur Schule gehen kann und ihre Jugend und Bildung genießen kann und in Ruhe gelassen wird. Aber zweitens, auch wenn denn eine ärztliche Behandlung sein sollte, den Arzt oder die Ärztin selber wählen kann, den Ort, wo das stattfindet und nicht zwangsweise, wie das Urteil jetzt sagt, nur in die Charité darf oder muss. Und außerdem ist die Forderung, dass es überhaupt keine Zwangspsychiatrisierung gibt natürlich, keine Medikamentalisierung. Solche Ärzte wie Bayer auch eben einfach nicht praktizieren dürfen, weil es viele Fachkurveien gibt, die sagen, sowas ist nicht mehr Standard. Demnach muss Berlin auch dafür sorgen, dass der neueste Standard nur erlaubt ist. Wie geht es jetzt weiter? Naja, einmal würde ich jetzt sagen, nach dem Gespräch mit dieser Staatssekretärin Frau Klebber, dass wir hoffen, dass wir eine Rückmeldung von ihr kriegen, das hat sie ja zugesagt, dass sie möglicherweise intervenieren oder durch Gespräche bei dem Jugendamt erreichen, dass die von ihrem Irrweg, sag ich mal, abgehen. Ich denke, dass wir weitere Proteste machen und zwar solange Alex nicht eine unbefangene Kindheit hat, müssen wir da dranbleiben und es trifft ja nicht nur Alex, sie ist vermutlich ja eben nur eine, die sich jetzt auch in die Öffentlichkeit wagt, zwar noch anonym, aber doch mit uns redet, vermittelt, deren Mutter eben Interviews mit der Tazia und mit anderen Medien geführt hat und von der wir wissen, wir haben ja sonst eigentlich zu vielen dann in genau diesen Jahren gar keinen Kontakt. Das richtet sich ja auch allgemein gegen Transparte-Lokritierung generell und auch gegen diese Position, die die Charité vertritt und aber auch die einfach die Standardposition der Krankheitskataloge ist, oder? Ja, also es geht auch darum zu diskutieren, dass es gar keine Identitätsstörungen gibt, sondern nur eine Identitätsfindung vielleicht, dass man die unterstützen muss, ich meine wie bei jedem anderen Menschen auch und es wird auch, ich komme nochmal zurück darauf, wie es weitergeht, also es wird auch den Anwalt geben, der noch zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gehen wird und wenn da kein Recht kommt und wenn das soweit nötig ist, dann gehen wir auch bis zur UNO und da berate ich dann eben auch, wie wir das aufbereiten können, schreibe ich auch für die Mutter und das Mädchen, dass da verschiedene Menschenrechtsausschüsse sich mit befassen müssen erst mal. Wir hoffen natürlich, dass es nicht dazu kommt und die Verallgemeinerung ist natürlich, dass hier Grundsätze geklärt werden müssen, dass Mädchen oder Jungen selber sagen können, wann sie es sind und dass die Gesellschaft das eben nicht verhindert oder geschweige denn solche folterähnlichen Zugriffe machen, wo vermutlich, also komischerweise sich ein Gericht auch noch dahinter stellt, also es kann eigentlich im Rechtsstaat nicht sein. Ja, gibt es noch Möglichkeiten für Leute mitzumachen, sich beteiligen, die Aktionen zu unterstützen? Wir haben uns bisher immer sonntags bei TRIC getroffen in Kreuzberg und als Aktionsbündnis, man kann sich an dieses Bündnis, wenn man sagt, ich möchte da informiert werden, dann würden wir doch, denke ich, alle einschließen in dieses Aktionsbündnis, damit es einfach mehr werden und wir bei den nächsten Aktionen auch gut auflaufen können. Es sind ja auch alle, die viele Erfahrungen mitbringen. Es wäre auch sehr hilfreich, dass Betroffene dabei sind, soweit sie können nach ihrem Vermögen und ihrer Entscheidung, vielleicht auch bei Erfahrung beitragen, sodass man das verallgemeinern kann, damit nämlich Senatsverwaltung oder auch Richter kennenlernen, wie viele das eigentlich betrifft und was die Tatsachen aus Sicht der Betroffenen eben ist. Und du findest jetzt also auch noch weitere Aktionen zu erwarten? Zu erwarten, geplant noch nicht. Wir werden uns dann wahrscheinlich Sonntag oder Sonntag in zwei Wochen auch zusammensetzen bei TRIC, auswerten, was von heute rauskommt und was wir als nächstes machen. Es gibt schon viele Ideen. Ja, vielen Dank für das Interview. Gerne schön.